Aber das hat dich grad schon echt sexy gemacht, ey. Was? Was hat mich sexy gemacht? Wie du denn da weggebumst hast, ey. Ich hab mal was an... was? Was anderes gebumst. Denk an die GoPro. Was? Was? War der hübscher Mann? Was geht? Was geht, hübscher Mann? Hab ich dir schon mal gesagt, dass ich dich liebe? Dann sag ich's dir nochmal. Ich schlaufe gerne hinter dir, ja. Du hast schon lange gern Sex mehr gehabt, kann das sein? Super. Ja, bist du selber schuld, wenn du dir klemmst dein Ei? Kann man das essen? Danke. Ich sag, du bist selber schuld, wenn du dir da rein klemmst. Ja. Ich hab Sandwich, Wasser oder willst du Energy Drink? Wasser und Sandwich. Zwei Stück Wasser. Zwei... Du? Du? Du hast einen Schokodonut. Und du? Ich sag, du kommst aus dem Brownie. Nein, Brownie ist der Vater. Meine Mutter war ein Schokodonut. Mit weißer Glasur. Schwarz und weiß. Schwarz und weiß. Ja. Wie schwarz und weiß. Ja. Also bist du grau. Diehst du nicht die Handflächen? Hallo? Schwarz und weiße Glasur. Zucker, Baby. Was willst du denn jetzt auf dem Sofa, ey? Ja, hör den. Scheiße, da kann das nicht auf. Mike, ich darf leider nicht auf die Bühne. Oh, guter mal. Spaßbremse. Wie hast du denn meine Frau nachzieht in der Schieße? Ich habe ja nicht gesagt, wie sie sich ausziehen soll. Die erste wird meine Frau auf der Bühne sehen, dann bin ich wieder runter. Ja. Der heißt Jamal, nicht Jamal.